So, Servus zusammen! Ja, ich habe einen kleinen Schnupfen. Aber... Nicht schlimm ist. Äh... Was wollten wir auch nicht hier machen? Ich weiß, wir wollten was machen. Oder? Okay. Okay. Alles klar. Diese Richtung. Ich habe keine Ahnung. Null Plan, was mir gerade hat. Ach so, wir hatten ja gar keinen Plan. Stimmt ja, wir hatten ja mal können. Ähm... Da-da! Äh... Bin hier schon wieder am, äh... Am Ding. Ja. Äh... Sonst ist das Brüder Hauptquartier? Da weiß ich noch gar nicht. L-Ray-Modell. Hm... Sonst ist das Brüder. Ja. Obwohl ihre Macht im Westen im Laufe der Jahre erheblich abgenommen hat. Und erhält die, äh... Bla-bla... Noch weiter hier, äh... Du hast... Du hast... Hm. Servus. Schakal. Tot. Unhold. Also gut. Unhold. Gut. Er hat den Schuss nicht kommen sehen. Das ist schön. Und für ein Unhold sehr unbequem. So ohne Kopf. Au! Mein Gesicht ist weg! Kann hier was klauen? Leid verschlossen. Was macht das so komische Geräusche im Hintergrund? Sechs Splitter, acht Splitter Minen. Entschuldigung. Guck mal, da liegt Häufchen Inland ohne Birne. Sowas aber auch. Kleinkalibergewehr, Platzmeisterbruchzung und heute Kriegerhelm. Alles klar. Der läuft hier rum wie so eine Ziege. Et, dich brauche ich. Und zwar, ich brauche Arztaschen und zwar brauche ich mindestens drei Stück. Ja, für man sie in Frieden. Aufbereitete Wasser kann er gleich haben. 17 Stück. Entschuldigung. Item. Hilfsmittel. Aufbereitete Wasser. Nehmen wir mal zwei Stück. Dann gehen wir unter Statistik. Status. Der Arm. Der Kopf. Das Ding hier. Und der Kopf noch. Ey, das war's? Okay. Ah. Hunger. Durst. Müdigkeit. Bast. Du bist. Wo rennt denn jetzt das Schiff? Wo rennst denn du schon wieder rum? Da taug'n. Aufbereitetes Wasser nachgelassen. Aufbereitetes Wasser nachgelassen. Hey! Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Ah, es ist über mir. Wie blöd ist das denn jetzt? Na, Zickevieh? Du liegst so tot am Boden. Du musst einer meiner Begleiterinnen weggelaufen sein. Die fackeln nicht lang. Die sind nicht zimperlich. Weißt du? Was macht so eine schäbige Ziege mit so einem geilen Arsch eigentlich? Na, dass die mal anschauen. Was bist denn du für ein Viech? Oh, da hast gar keine Titten. Ja, tut mir aber leid. Die Nippel hat ja einer abgelutscht. Ja, ja. Nippel wie ein Zehner Eis. Es sieht mich einfach nicht. Oh oh. Dafür seh ich dich. Du Arsch. Mitten in die Fresse. Nee. Oder sonst irgendwo hin. Irgendwie. Ich weiß, ich hab getroffen. Mit nur einem Schuss. Wie blöd ist das denn, eh? Vom kleinen Mädchen übern Haufen schossen zu werden, ha? Den Katzen und die Steppenrüstung. Leere Akku. Elektro-Akku. What the fuck? Nix wert. Nix Gewicht. Nix wert. Behalt deinen Scheißdreck. Unhold. Der... Karawanschrot finde. Die Munition. Und, äh... Kannst du der Hühner geben. Wenn dir das hier... Das ist doch keine Sau, du Arsch. Und dann meint er vielleicht, da schreit ein guter Grätenhahn danach. Ach du, ahnst das nicht. Lauder rote... Striche. Mit Zeit zum Nachladen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht lang. Ich wollte auch nicht in die Sunsetzer-Spirilla-Fabrik mal rein. Au! Unhold Pramine. Auch nicht schlecht. Ich wollte zwar nicht in die Kur schießen, aber passt schon. Du schaust hier wohl gern! Aaaaah... Es guckt mich an... Mit zerfetzten Schädel. Mit der Ganade. Die Schachtel, äh... Und, äh... Die alte Schachtel haben wir gerade ausgenommen. Whatever. Ich hab drei umgelegt, ne? Also auf jeden Fall hier liegt noch einer... Was ist das für ein Ding? Ein Blazer? Das soll das sein? Der Witz war gut. Die Dinger hier. Die Cola. Die Blassweizgröße. Und den Krampf-Felm. Mhm. Also wenn ihr sonst... Wenn ihr sonst keine Probleme habt. Und ich guck mal, was da liegt. Inholt. Die Patronen. Die Kronkorken. Und den ganzen Quarz hier. Äh... Ja. Nimm ich alles mit. Ähm... Schmutzig Wasser. Ne, brauch ich nicht. Dester, 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 dester. Danke. Geh? Den haben die erschossen, nicht ich. Äh... Klar. Seltsames Volk-Bramin-Fleisch. Oh, guck mal. Frische Kartoffeln. Möhren. Und so weiter. Frische Möhren. Unholt-Eintopf. Mhm. Oh, was hab ich denn da? Flammen... Flammpatronen-Waffe. Und? Flammenwerfer. Oh, das hat auch nichts besseres zu tun als hier mit dem Flammenwerfer durch die Gegend zu rennen, ja? Den Kopf von ihm. Ne, lass mal gut sein. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab vorhin... Ich hab vorhin... Ich hab vorhin die Bramine erschossen, das tut mir leid. Warum kann ich das Ding nicht reparieren? Ja, was ist egal. Die Kampfrüstung kann ich nicht, weil... Nicht kaputt. Äh... Äh... Hier ein Unholt-Helm. Und noch ein Unholt-Kampffelm. Und noch ein Unholt-Helm. 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 Und, äh... Noch, äh... Unholt-Helm. Ja, ja, ich bin dabei, oder? Es sind nur noch 20 Tonnen, du Lappen. Meine Fresse richtig ab, ey. Kampffel und Kriegshelm. Kriegshelm. Äh... Ja. Ich wollte mal gucken, hier... Blasswasser, die Paint-Stachel, die Rüstung hier noch schnell. Venture-Danger. Auf einem Bein kann man schlecht stehen. Ja, von mir aus soll ich sein. Die Paint-Stachel, die Rüstung... Die Rüstung... kann weniger werden. Nicht kaputt. So, mal gucken. Habe ich die jetzt... Ja. War ja klar. Ich wollte eigentlich mal so ein Helmchen aufsetzen. Schön. So, ein unholt, äh... komischen Helm. Aber leider... habe ich zu schnell geklickt... und dabei... Ding erwischt. Ne, es war's egal. Lass-Hose gelb. Waffenmäßig mal reparieren. Baseballschläger. Bist du wahnsinnig? Meinen Flammenwerfer. Hier. Mit dem Schlagring. Ja, klar. Genau. Den, äh... werde ich reparieren. Was sind die Baseballschläger nicht wert? Hundertunddreißig? Okay. Und jetzt leider muss nicht repariert werden. Kleinkaliber. Kleinkaliber. Kleinkaliber macht auch Mist. Der RCV Laser. Nein ist das Dürbuss. Ey. Na, ein... Hier, meine, meine Sniper. Automatik 1900, 1972 und 99 Entschuldigung Klamottenmäßig haben wir alles Statistikmäßig Zustand Allgemein Allgemein R Sehr gut Guter Hirte Leck mir die Füße Also wenn ihr sonst keine Probleme habt Entschuldige bitte Das war nicht beabsichtigt Das war keine Absicht von mir Ich töte keine Kühe Jedenfalls nicht mit Absicht Ich habe nur was hinter der Mauer gesehen und es ist rumgelaufen Das sah wie ein Unhold aus mit Mützchen Und dann habe ich meins blau geschossen und habe dabei die Kugel getroffen Wie blöd ist das wenn jetzt Westeingang der Südwegers Ruine Das ist unglaublich Das ist unglaublich Das ist unglaublich Äh ne den Helm nämlich und die Rüstung Den Akku nehme ich auf jeden Fall Jaja ich weiß Die Leere Spritze auf jeden Fall Das dann nämlich den Laser die Rüstung und den Unhold Helm Nicht wieder weg tun Ruhige Handretter Wehen und Leere Spritzen Äh du musst dir auch mal helfen Oh die kann man sogar nehmen Äh ja Das habe ich mir fast gedacht Flammenwerfer, frische Karotten Kartoffeln Hochleistungsstrahlenanzug Sonst tun wir die nirüber Die du mal nirüber ist nix Ich weiß Aber immerhin Äh Kleinkalibergewehr, Latzose, Lederkartel Die leeren Spritzen du mal nirüber Die äh Nuka Cola Er kann nicht mehr nehmen Er kann nicht mehr tragen Und ich kann auch nicht mehr tragen Das ist schon zu viel für mich Ehrlich Unglaublich Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nein Ach komm, geh mir nicht auf den Schuh, oder? Gib mir mal die Gnade, du blöde Kuh Kriegst dafür was anderes von mir Hier, Flammenwerfer, Flammenpatronenwaffe und so weiter Und jetzt hör auf mir auf den Schuh zu gehen, okay? Ich bin nicht überlastet, du Penner Hey! Für die Bruderschaft Das ist doch gar keiner! Hier, mit dem Billardkühl kommt der ums Ecke pfiffen, na ey, das glaubst du nicht Kommt dieses Häufchen hinne mit dem Billardkühl ums Ecke pfiffen Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja, wenn du willst kannst du gerne was schweres haben Den Hochleistungsstrahlanzug Nein Die Karawanenschroffinde mit 6 Pfund Zusammen 6 Pfund Die schwere Metallgröße mit 30, forget it Die Laser, den Laser und den Laser Die Rappetierschroffinde mit Treibbund Die Schrotwinde nochmal Ach, Scheißchnupfen Die Granate, die Spieltermin Den Unholdkampfhelm Ach, guck mal Äh, ne, warte mal Ja, eh Eigentlich Und ran theoretisch Ich bin nur ganz schnell Häufchen innen und aus, äh, ausnehmen wie ne Weihnachten Und dann machen wir mal, äh, Rückzug Den Helm, die Stürzen und das zu testa und dann Nein Kommt Wow Lappen Komm, lass uns mal pissen hier Schnell, bevor die noch, äh, Verstärkung rufen Mülleimer Müllcondainer Von mir aus Oh, nochmal Munition Wie, was ist denn das da? Oh, da liegt noch einer Ach, das kann doch nicht was sein, oder? 13 Pfund rüber Äh, ne, warte mal ganz kurz Warte, 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 warte Ich lernkaliber als der Laser Das war's auch schon, mehr haben wir nicht Paine Stachel, ach komm hier, kriegst du ein Paine Stachel Ist doch mir wurscht Und ein Unhold Helm Unhold Helm und Kampf Helm Krieger Helm, natürlich Ich hab sogar noch einen Ich hab sogar noch einen Kampf Helm Unhold Helm Ach, es gibt drei verschiedene davon Auch nicht schlecht Naja, die Sadistenrüstung auch noch 05 Wahrnehmung plus eins Können wir so einen Kriegshelm ausprobieren Wie sieht denn der aus bei mir? Ui Guck mal, ich hab, äh Ich hab hier so ein totes Tier auf dem Kopf Äh, okay Was ist das jetzt? Das sieht cool, äh, gute aus, ne? Ne, das sieht nicht gute aus Sieht heiße aus Krieger Helm Was ist jetzt der Unterschied zwischen Kampf und Krieger Helm? Sieht beides genauso beschissen aus Guck dir das doch mal an, ey Ich schau aus wie der letzte Der letzte hier, Mohäkaner Mit dem Witter auf dem Kopf Mit dem Witter auf dem Kopf Mit dem Witter auf dem Kopf Ein Geistbock Und ich heißen die Fischer? Ja Ähm, wir reisen nicht so weit, äh, Camp McCarven, äh, die, äh, Waffenschieber Waffenschieber hat Geld Wie Heu Waffenschieber hat Geld Wie Heu So Klein Vieh und so Ne Buschbüchse Für 6.130, wer kauft sich sowas? Eine Pink, ne, Blink 22 LR Links, rechts, Blink 4 Keine Ahnung, was das sein soll Präzisionsgewehr 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 Dämpfer Das probiere ich doch mal aus Den Akku kannst du auf jeden Fall schon mal haben Den Brennstoff kriegst du von mir Die Gnade Gnade vor Recht Wo gibt's denn sowas? Die Hülsen kannst du haben und die Patronen dazu Die Kampflüstung für 4 Dann sind wir schon mal hier bedient Guck mal Kleinkalibergewehr Die Metallrüstung Das war's dann aber auch, ne? 7,99 Hat er noch einen Deckel? Scheiß die Wand an Schnauze hat bloß dein Maul, du Pferd, du Schäle ich dich aus deinem Blech Eimer Wo schnell kannst du gar nicht gucken, mein Freund Äh, wo will ich denn da nicht? Ich will hier rein Äh, reparieren Will ich doch gar nicht Was will ich denn da nicht grad? Was will ich denn da nicht grad? Was will ich denn da nicht grad machen? Äh Scheiße, mein Alter, ich hab's vergessen Ach, Quatsch Hier, Sniper Mod X Äh Ähm, E Schade Alles gut, dann nimm nett Alles gut, dann nimm nett Rony Springs im Professor Stammesdorf Wer liegt denn beim Stammesdorf, ihr Eier Da haben wir den Tag, der wird kurz bringen Das ist ja Das ist ja